was geht youtube herzlich willkommen zu folge nummero sechs des road to pro wir sind wieder am start mit massi und sweezy und wir gehen wieder runter in tilted towers leute ihr wisst es gestern in der folge dritter platz geworden ich hoffe dass wir das jetzt noch mal toppen das war auf jeden fall schon meine beste man würde sagen rausspringen direkt wenn wir da bei shifty shafts ankommen oder vorher jetzt jetzt ne ok let's go da will keiner hinaus doch 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 da fliegt schon jemand hin das war glaube ich ironie von sweezy halt mir zu wenn es nicht klappt gehen wir in diese garage diese garage ist immer safe eigentlich hier ist noch eine eier auf dem dach ja ja lass mir die lass mir die oh ich wurde noch nie so beraubt ok gut ich geb dir auf die muni nimm die muni hier ist noch ne shotgun äh ne grüne munis hinter dir ne komm hier ist ne grüne eier drin gönnt euch ja guck da gönn ich und kriegt direkt ne grüne ja ja das ist das lege hier ist noch ein schildi aber den gehöre ich mir selber also hier im braunen haus rechts gehe ich glaube ich jetzt direkt rüber da ist immer noch loot drin das heißt da ist wahrscheinlich niemand warte ich würde aber sagen ja das weiß ich noch nicht ja lass zusammenlaufen ja lass auf jeden fall zusammenlaufen am anfang wollen wir ins braune haus gehen oder nicht ähm haben wir hier alles zu ende gelootet ich habe halt absolut noch gar nichts hier ist ne shotgun noch bloß gar nichts Marcel ja außer die eine dunkle die ar habe ich halt ja ich kann ihnen die piste geben das hilft ja auch nicht viel ja dann lass rüber ins braune digga let's go meint ihr denn mit braune ja das ist ja rechts der hier hat das neben direkt das große ja das wie gesagt komm rüber und er ist schon absolut drin hat schon alles gelötet neiii wahrscheinlich oder danach gehen wir in die garage jungs ja hier ist ne kiste hier ist noch ein trank gönnt euch den ich nehm den nicht ja warte wo ist der trank ja einfach hochlaufen ich habe mich wieder meinen sie am großen ich bin so ein chocker ich finde ich will die treppe machen na hier ok wo ist denn der shield ich hab schon mal 15 verbände hier komm hoch ich bin hier mit massiv was sie weißt du ja 1 hoch 1 hoch digga einfach hochlaufen ja dann schild die einfach hochlaufen dann siehst du ihn schon ja hier hier liegt der massel komm ich sehe gegner warte zwei leute drei leute oder weh bei den also hinter den garagen da bei diesem platz da tennis platz da ne basketball platz ja 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 die sind drin kommt ihr mit tennis ja ok die sind da also einfach wollen wir die hitten ich wäre schon gern dafür ja ja schon easy hitten aber ich spring hier runter ich spring hier runter ne ne bau runter wo sind die denn im basketball platz ich sehe den basketball platz nicht aber ich nehme die shotgun letzt mal hier 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 genau wo ich hinlaufe weh ja aber lass es schlau machen warte hier unten lang und hier unten hier unten aber eben was auch einer wo ist ein anderer weg er kann steht erst so wie erst so wie der andere auch und ein weiß wie sie kommen wir wollen jetzt rettet mich doch der so lustig zu da liegen wer lud als ich war es hat ich kommt also als ein medipack ich habe fünfzehn verbände mal so und ja warte ein guter angriff wir haben alle schön geschossen ich hatte einen so oft getroffen ich check nicht wie er nicht sterben hat alles nehmen wir dafür das schild die ja kann mich jemand weh überleben oder manche gerade schon ganz ruhig bleiben dankeschön denn ich mache es irgendwie gerade steht bei mir ich mache es auch drei sekunden ich habe so das ding auf die rauskriegen massi nimm du mal die sniper mit hat er gibt mir mal ein mini schilder weniger okay das pickstie wurde mir das schön weg hinter uns hinter euch hinter beim getränkautomaten die seite kommt er kommt er kommt er kommt auf gott in der skar kommt er halt zwei beide hälfte schnau mutter haben die da gestreckt aber er hat mich wie sie ich hier ja mach 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 auf risiko auf tippico hast du irgendwas um hier also noch entertainment zu bieten für marcel so lang ich habe fünfzehn verbände ich brauche ja nichts ich meine ja dich ja ich habe ja marcel wurde eliminiert er kommt er kommt schon ich höre so die schritte wie sie erst oder drin zu wie der holt sich so ein runter hast du es er hinter dir ist wie sie er kommt oh gott es kommt für sie ja sauber let's go oh die skar sieht so lecker aus gerne mir hier noch einen gebüsch damit wenigstens den hier machen warte warte ich habe so die shotgun gezückt vfung jetzt so den three piece hinter uns drei leute wenn du das überlebst weezy sauber oh mein gott massi besser besser schutz massi ich brauche Hilfe digga die ballern zu dritt auf oh mein gott die rauchen mich so weg gerade ja die haben ein 8 digga die haben mich mit granaten massi ist so auf der flucht bin so weg eyy du bist so tot massi diese 8 hatten die denn bitte ich glaube die haben keine ahnung oder so ich bin so gelaufen einfach nur weil ich wusste es ist so vorbei mit mir ja digga so schnell kann kein normaler mensch triggern wie ich gerade mache ja wir schaffen das easy wo jetzt genau dahin digga warte ich gehe ja vier häuser fünf häuser oder so wir sind so nicht mal die einzigen wollen wir erst in das haus was hier sind echt welche das ganz links in das haus tatsächlich ne ihr lasst ihn dieses blaue ihr lasst ihn dieses blaue das nix sieht so ja das blaue natürlich mit dem swimming pool ne der leer ist ja genau da wo ein big shieldie drin ist den sich einer gleich gönnen kann wenn er will swimming pool ist der shieldie hab hier echt welche hinfliegen ich bin grad echt done irgendwie bin noch nie so ja dann ficken wir die jetzt kurz das ist unsere stadt digga easy unser load paradies aber ne keul fisch hier schon ne kiste direkt ich kann ne m4 direkt am start so kill dies warte wir machen das so jungs wir killen die erst und dann suchen wir dieses geheime ding ins ok ja nochmal müssen wir ich hab ja ok oben ist noch ne kiste aber ich hab keinen bock die zu holen Marcel kannst du machen wo bist du wo denn irgendwo um an raus ich hab keinen bock die zu holen also hier würde ich sagen hier mach mal die wand kaputt äh das dach kaputt ja dann check ich noch kurz das grüne haus ob da ist ja eh keiner gespawnt glaubt aber du kannst die kiste auch zerstören Marcel ne ja ich weiß ah das ist hier hier oh hier man ja da oben ja kenne und dieser schnell die kiste aufgegessen hab mir normale ar übrig oh gott hier war doch ne liederne pistol aber ne doch besser als nichts und ich finde ich geil die ist übelgeil ich sehe ne shotgun wollen wir ein haus weiter gehen quasi ich bin jetzt grad beim grün der ist auch so gar nichts gut ja dann lass mal hier hin komm mal her jungs ich baue hier also in diesem haus her warte ich komm da auch rüber nimm einer von euch die shotgun fuck ich bin runtergefallen warte warte oh my god ihr meine treppe benutzt könnt ihr euch die shotgun hier sneaken was ist das für ne waffe da oh das ist nur ne blaue shotgun ob hier keiner reingelaufen ist digga ganz kurz jungs warte ihr müsst hier herkommen das musst du auf einem video zeigen ja warte ich komm ich komm ich komm komm mal auf warte digga stell mal vor du scheißt hier guck mal diesen spot an hier ist so ne toilette oh my god digga das wird so absolut na ich hab nicht zu bauen nimm mal hier einer diese shotgun ja digga ich hab nicht zu bauen ich hasse es wenn ich nicht zu bauen ich komme go up jungs gehört ne tür oder was du das machst ne ne warte ich weiß nicht ne ne der ist hier crouched crouched am besten ein bisschen hinter mir hinter mir oh my god er hat mich gespottet die jungs zwei stück kommt her warte warte aber ein 40er hilft warte chill 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 viel zu weit weg für den shot über dir über dir er ist weg oh nein ich choke ich choke um mein leben er ist so weg digga er ist so weg noch einer noch einer aber ja wir haben alle drei gute winkel beide angehltet ich guck oben falls die oben wieder kommen ich guck oben ey ich geb den 5 schuss nein wo sind die massiv ja da unten digga aber ein einer noch warte 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 ich komme ich komme ja der ist auch da genau da machst du ja 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 wo ist er denn ja dann hab ich hab ich perfekt ne willst du ihn oder soll ich ich mach ich mach ich brauche nicht warum ah hier ist ein lagerfeuer jungs das können wir uns ja ja oh mein gott das ist so klatsch jetzt wo ist dieser loot schrank hast du nicht rausgefunden noch nicht warte ich weiß aber ich hab noch nicht in ruhe geguckt wir gucken jetzt die zone ist bisher noch ganz ok so ich hab mich weggedreht in der zone das hätte ich jetzt nicht gedacht ja oh mein gott jungs komm her wir machen jetzt was warte warte ja ich befriedige ihn gerade noch wir machen jetzt diesen modus hier ja sagt mir wenn ihr ready seid komm lasst geht hier rein ja was ist denn das wir unseren arsch erhitzen lassen das bringt hp komm rein oh mein gott digga ich hab noch nie so viel spaß gehabt in meinem leben braucht ihr verbände da hinten sind noch welche hmm warte ich suche jetzt einen geheimen loot warte ab von anderen boah es ist so schön mit euch den arsch zu zerknistern jungs ja fertig wie viel kann man stacken verbände 10 ne 10 wie viel 15 15 ok hier ist irgend so ein schrank den man aufschlägt ah hier hier glaub ich ja ja ich glaub hier komm her warte 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 oh mein gott warte warte ich hab hier den schrank weggeschlagen jetzt können wir hier runter in den keller genau hier ach ist das der geheime loot buch genau warte und jetzt hier durch ne warte warte also eine chest oh mein gott eine blaue shotgun nehme ich schon mal safe mit chest hier auch öffnen soll ich lieber granaten mitnehmen oder blaue shotgun na granaten finde ich nicht so nice das ist unterschiedlich jetzt war gerade nicht so viel aber eigentlich ach hier ist noch eins hier ist noch eins hier kann so viel sein ne hier können 3 bis zu 3 chests können hier sein also für alle die sales video gucken oder eventuell sogar meins gucken mhm bis zu 3 chests könnten hier sein oder sweezy sein ist natürlich auch na sweezy ist nicht na sweezy ist nicht ja jungs ich würde sagen jetzt können wir mal langsam wir ziehen weiter oder ja aber perfekt die zone hat so mitgemacht ne ja ich sag ja die zone kommt hin wo wir wollen und jetzt müssen wir so um unser leben ich wusste es ja jetzt wissen wir unsere mutteres irre 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 ok aber wir haben ja ne 2 also das werden wir aber easy schaffen ja lasst du mir safe ich hab 15 verbände aber ich hab echt schrott loot ich hab nicht mal ne shotgun ich hab ne blaue soll ich hier ne grüne ich hab ne grüne für dich ja 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 das wär nice komm her ich hab ne AR mit 30 patronen digga wie viele shotgun shots habt ihr 40 was ich hab 6 wenn du ein bisschen droppen könnt das wär nice wie wenn du mir sagst wie ähm fall nach oben und dann die munition da wo so ähm mittlere sind ne doch mittlere ne warte ne mittlere sind AR munis nicht leichter Patronen einfach genau 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 aber am besten nicht da oben springt runter warte 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 ich schieße schnell kaputt warte warte ich komm ich bin schon unten warte ich muss kurz checken da macht man das so wahrscheinlich genau so ja du hast jetzt gedroppt ja das reicht absolut nice kennst du dich ich bin Alman ich kann nicht so gut teilen digga ähm hier neben rechts von dem Basketballplatz irgendwo hab ich einen laufen gesehen aber ich weiß nicht wo genau so wurden wir hier nicht geschlachtet ich hab ihn gesehen 105 hier in dieser fetten Halle hier ist nur ne blaue Shotgun kommt hier rein ich hab eine ich hab die ich brauch ich brauch ich komm ich komm hier drin warte kurz aber lass das so gemeinsam machen sonst chonken wir das oder einer geht down soll ich Nades reinschmeißen ich hab 6 stück ne lass mal die spotten weil die wissen noch gar nicht dass wir da sind bei mich hat er glaub ich nicht gesehen ich bin nicht sicher push dir oder soll ich mit Shotgun pushen ja ja let's go let's go let's go ok komm hier rein einer ist rechts ich seh ihn hier ich seh ihn hier warte 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 ich komm Matej ja ich hab ihn 30 gegeben ich hab noch einen 30 gegeben by the week by the week ich hinterlaufe die einer ist oben drauf einer ist oben drauf von denen ich hinterlaufe die gerade warte 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 nein bitte nicht ich choke es ich choke es nein hab Nate Damage gemacht die sind weak digga die müssen so weak sein nein ich bin ich hab's gechoked ich hab so hässlich vereint oben auf dem Dach digga oben auf dem Dach oh hab ihn auch draußen ist jetzt noch einer um smart spielen warte er kommt hier er kommt hier ja ich höre ihn let's go drei stück geholt man noch einer noch einer noch einer hier Marcel er kommt andere Tür er ist jetzt vor mir er ist an der Ecke er ist noch weaker er ist auch oh mein Gott ich hab drei kills in einer Sekunde bekommen oh mein Gott let's fucking go easy oh mein Gott Leute ich bin grad so hype ne nein Leute ich bin grad so glücklich Dumpfad Digga was haben die hier alles für den Loot rum ein die haben sogar Schildrenke noch Jungs ich bin grad ich fühl mich grad wie ne Legende ne ja richtig nice digga das war echt gut ey Zone oh Gott oh mein Gott Jungs wir werden so sterben jetzt wegen der Dreckszone also auch schon wieder man wir haben ey mit der Zone nicht pech obwohl nein 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 das schaffen wir das schaffen wir können wir nicht schaffen ich hab drei nein 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 wir schaffen das 100% ja ja wir schaffen wir schaffen 100% ich muss gar nicht drüber nachdenken wir schaffen ja wir haben drei Medipacks und ich hab sogar noch ein Jump Pad wenns gefährlich wird easy ich seh die Map nicht deswegen oh mein Gott einer ist direkt vor mir Marcel ich greife ihn nicht an aber ich warte auf dich ja warte ich muss jetzt selber bist du hier hochgelaufen direkt vor mir Marcel ja du bist unten ok nevermind wo ist denn der warte 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 Jungs ist hier die Rampe runtergelaufen so warte ich muss erstmal versuchen überhaupt irgendwo rein ich geh jetzt direkt in dieses Haus hier rein weil ich wohne direkt deine Mates werden jetzt aber kommen Marcel ja warte ich heil mich kurz ja 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 ich versuche hier am Leben zu bleiben also wo ich bin da können die mich eigentlich nicht sehen die werden sich so rächen jetzt dafür hast du eingetötet? ja bin mir auch gefinished ja ok sehr gut ok ich bin am Start könnten natürlich auch einfach was ausprobieren äh links war das kein ah ne das war Marcel ne 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 da steht kein Game Attack Digger warte mal das schrocken hey ja machen jetzt was komm ja ich bin hinter dir komm 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 lauf mit mir die Zug Dump it let's go wenn ihr jetzt abgeschossen werdet ja dann NEIN was ist das nicht passiert Marcel komm runter komm wieder aber spring nicht ich spring nicht ich lauf die Treppe wer jetzt gesprungen ich werde nicht da wer jetzt gesprungen ich hätte ich müsste ich müsste ich hätte mir in die Hose gepisst der Marcel jetzt runter gesprungen ich habe so gefällt die Zone kommt scheiße wir laufen mal direkt hier wieder hoch ähm hast du ein Medipack für mich nicht mehr oder ne 8 Verbände aber ey wir wir rennen jetzt direkt ne ich habe genug nein wir laufen wieder die Treppe hoch wir laufen wieder die Treppe hoch nimm ich in einen Verband warte ja let's go nur hochkommen ich lege das richtiges Jump Pattern und dann fliegen wir um unser Leben ja ich warte jetzt hier ne ja 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 ich bin da wenn ich jetzt nicht noch wenn ich noch mal choke ich töte mich was müssen wir jetzt machen du musst du mir erklären einfach rausspringen Digga das ist mir zu kompliziert so einfach drauf springen und Fallschirm öffnen und go mein Gott Digga das ist die beste Erfindung der Welt rechts von uns aber fliegen wir mal weiter fliegen wir mal weiter ich hab nur 30 AP ich muss irgendwo heilen gehen ja lass in das Haus hier rechts komm aus ich bin so tot ich bin so tot ich bin so tot der ist hier unten ich spele im Sofa bände der bau uns zu Digga der ist close der ist close der hat ne scar ich hätte ne blaue Shotgun so da kommen warte 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 der ist abgelenkt Marcel hielt dich schön hoch du hast du Shields? ne ich hab 100 ne man meint ich hab keine Muni das ist das Problem AR Muni? ne also AR Muni hab ich nicht mehr genau er macht auch garate komm her komm her komm her wo bist du? unten unten im Treppenhaus ist das hier kompliziert Digga schau mal wieviel ich dir jetzt gebe ne ne nimm einfach tschuch Digga wieviel? 219 was? ach mann Jungs wir müssen nur aus dieser Schein wir werfen Ganaten wir werfen Ganaten oh Gott sollen wir einfach ab nein warte Marcel wir hauen ab wir hauen ab komm welche Richtung? in Richtung Zone ich baue uns ich baue uns während wir laufen komm ok hinter uns hinter uns nicht lauf anders lauf einfach ja genau so lauf einfach ich baue uns ja von oben auf und berg ja von überall Digga egal alles gut wir haben das wir haben das lauf einfach durch meine Wände hier komm her Digga ich bin so ein toter nein 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 alles gut hier bei dir komm oh Mann in Richtung wo wir hier in das Haus gehen ja was ich mache ey ist doch lustig wie du warst also nein ihr könnt doch da einfach hochlaufen in deren Treppe Digga also das ist ein Gegner in den links von euch ja ja ah sicklos ja sag ich ja fack 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 hier direkt von euch was hast du da für ein Häuschen mehr gebaut Digga ich schau ihn nein er ist so weak er ist hier er ist hier hol ihn nein er hat 72 Shield gehabt achso ok keine Ahnung ich hab ihn getroffen auf jeden Fall ein paar mal das war trotzdem eine witzige Rose mit dem Jump Hit war schon nice er war echt nice na gut Leute ich würd sagen dann müssen wir die Folge jetzt auch beenden weil das war für mich jetzt einfach eine sehr gute Folge vor allem mit dem Three Piece waren zwar auch meine einzigen 3 Kills aber hey auf jeden Fall mein erster Triple Kill checkt auf jeden Fall gerne Sweezys Kanal ab und auch den von Massi haut rein bis zum nächsten Mal tschau tschau